Ich habe den Donner-Orden! So Pikachu, nach so einem harten Kampf gehen wir erstmal ins Pokémon Center. Pikachu! Und los! So, langer Weg, schrecklich weit. Und Ladies first. So. Dumm, dumm, dödödödöhm! So, du bist wieder heil und gesund. Jetzt will ich mal mehr als nur ein Pokémon. Du wirst nämlich langweilig. Ich habe gehört, hier in der Nähe gibt es einen Tunnel. Da, wo du einen Dick da hast. So, fange ich mir jetzt. Haha. Hey Pikachu, jetzt bleib doch mal stehen. Ja, ja, du kannst es gar nicht erwarten, bis du neue Spielkollegen hast, oder? Mensch, es läuft doch nicht die ganze Zeit so. Dick da! Dick da! Pikachu, setz Tackle ein, schwächst, damit ich es fangen kann. So. Dick da! Los, nochmal Tackle! Ich glaube, jetzt ist es schwach genug. Dick da! Schon etwas Zeit. Los, Pokéball! Daneben, nochmal. So. Wo? Fang ich's? Fang ich's? Ja, ich hab's gefangen! Jetzt hast du einen neuen Kollegen, Pikachu. Hurra! Pikachu! Ja, jetzt gehen wir mal weiter und schauen, was auf der anderen Seite von dem Tunnel hier ist. Hm, 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 hm. Freust du dich? Pikachu! So, ein Kollege schon, gell? Pika, Pika! So, braucht halt ganz schön lang eigentlich, das Ding hier. Hm, hm, hm. Ah, hier geht's raus. So, Pikachu. Jetzt gehen wir mal zum Gehilfen von Professor Eich. Der wohnt da und der gibt uns dann ein Item, das wir im Felstunnel besser sehen können. Pikachu! So, danke fürs Essen und schönes Item. Komm, Pikachu, wir gehen wieder. Pika! So, jetzt gehen wir wieder zurück nach Orangia City. Iiiiiiip! So. Komm, wir gehen mal da lang. Vielleicht schaffen wir es auch ohne Felstunnel nach Lavandia zu kommen. Und nicht ins wilde Gras treten, sonst kommen wieder überall wilde Pokémon daher. Pikachu! Und auf Kämpfe habe ich jetzt keine Lust. Hm, hm, hm. Aber jetzt müssen wir doch noch ein Fleck treffen, wie kennt's. So, hier durch. Oh je, was liegt denn da? Ach, nö. Irgendwie lag so. Da kommen wir nicht vorbei. Okay, geh mal zurück. So. Ähm. Dann müssen wir wohl wieder über zum Felstunnel. Ganz schön langer Weg. Ja, ja. Wir können dabei die Sterne anschauen. Hm, ja. Ähm. Vielleicht können wir auch hier noch kurz trainieren, solange wir hier nichts zu tun haben, oder? Schau mal, ob du eins im tiefen Gras triffst. Oh, schau mal, da ist ein Radfratz. Ja. Setz täglich hin. Ja, schön. Ja. Sonst ist es hier, glaube ich, ziemlich leer. Setz täglich. Ähm, dann gehen wir jetzt weiter. Brauchst du Pokémon Center? Wie, da, tschau. Nee, ich nehme an, das ist ein Nein. Ähm. Bye. Wir heilen dich lieber mal, weil der Weg ist noch ziemlich weit. Rein mit dir. Düm, düm, dü, 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 dü. So, frisch geheilt. Können wir jetzt weitergehen. Vielleicht finden wir hier noch das ein oder andere Pokémon. Komm, wir schwimmen mal hier durch. Düm, dü, 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 dü. Ui, schau mal, zwei Radfratz. Kämpf gegen sie. Tackle. Pikachu. So, geh mal eine Runde schwimmen, Pikachu. Pikachu. Können Sie sich auch mal waschen. Mies. Ähm, gefällt es dir? Oh, schau mal, ein männliches Rosana. Setzt Tackle ein. Genau. Sehr schön. Komm, wir gehen weiter. Hm, hm. Jetzt wieder unter der Stadt. Oh, komm. Komm, komm hier. Sei nicht so langsam. Vorher warst du doch so schnell. Ui, schau mal, da vorne ist ein Wehbarack. Setz Ruckzuck-Hieb ein. Los. Und Tackle. Gewonnen. So. Uh, da vorne ist auch noch ein Knogger. Setz gleich Ruckzuck-Hieb ein. Und überrasch das. Juhu. Und nochmal. Tackle. Sehr schön. Catchu. Wenn wir weitergehen. Und rauf.